guten morgen ich bin wach und jetzt wird wie heißt das ding frühstück gemacht ach so und wir haben heute unter diesen vollfett felsen gepinnt und da sind ein paar tropfen manchmal auf den kopf gefallen von da oben das hat sich lustig angehört wir laufen gerade durch so ein gebiet wo hier dieses ganz viele weiße zeug hier rumliegt was wir schon öfters belästigt hat wir sind hier guck mal hier vorne sind felsen und wir sind hier an dieser stelle angekommen wo wir heute pennen werden es brennt gut das brennt vorzüglich das brennt perfekt besser funktioniert das nicht wer ist fertig feinstes rohfleisch